Sommer Sale, Sommer Sale, oh, Sommer, Sommer, Sommer Sale, oh, Sommer, 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 Gö��, Sommer, Sommer Sale, oh, Sommer, 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 Sommer Sale,기도 auch Und wir schwitzen hier uns schon ganz gut einen ab und bestimmt Sie auch zu Hause, denn der Juli, der war richtig warm und wie gesagt, wir haben es erst Juli, der August, der steht uns noch bevor und die Temperaturen, die werden ja gerade unnormal erträglich, also mir ist er auf jeden Fall schon zu warm und ich setze mich hier auch ganz gerne vor einen Luftkühler und wir zeigen Ihnen jetzt auch Luftkühler und dann noch Verdunstungsluftkühler und damit machen Sie einfach Ihr Zuhause ein bisschen angenehmer, Sie kriegen den Wind in jedes Zimmer, weil Sie können die immer ganz wunderbar von Zimmer zu Zimmer schieben, weil die Rollen drunter haben und wir fangen jetzt mal an. So leicht ist der, schauen Sie mal, mit einem Finger kann ich den hochheben und das ist Ihr Vorteil bei diesem Gerät, den können Sie nämlich ganz einfach mal die Treppe hoch, die Treppe runter im Wohnzimmer direkt vor Ihre Couch beim Fernsehen, weil es macht im Moment keinen Spaß einfach nur rumzusitzen, weil es so furchtbar heiß ist. Wir kriegen es hier im Studio ab, den ganzen Tag scheint die Sonne auf unser Dach, ich glaube, das ist sogar dunkel, das Dach oben, also es sind wirklich interessante Temperaturen hier im Studio, man sieht das vielleicht auch hier bei uns. Diana hat immer den besten Platz, weil sie direkt vor diesen Luftkühlern sitzen kann. Und guck mal, wir haben hier noch Gäste. Oh, guck mal, da kommt unser kleiner Freund wieder da hinten. Furly. Furly heißt er, genau. Also, das ist ein Verdunstungsluftkühler. Was ist ein Verdunstungsluftkühler? Der kühlt die Luft. Das ist ein Ventilator, der nicht normale Luft rauspustet, sondern gekühlte Luft. Und den haben wir im Sommer-Sale, wie all unsere Luftkühler, die wir Ihnen gleich alle einzeln nochmal vorstellen wollen, die ideale Zeit, sich jetzt einen zu kaufen, weil der August fängt erst nächste Woche an und das ist der heiße Monat im Jahr in Deutschland. Wir haben schon sehr gelitten im Juli, wir haben es jetzt gesehen mit Schrecken dem August entgegen. Jetzt können Sie sich einen Luftkühler holen, die sind alle verfügbar, alle im Sale. Das Einzige, was die Luftkühler brauchen, ist Wasser, und zwar ganz normales Leitungswasser, das wird da unten eingefüllt. Das wird hochgepumpt, dann läuft das hier unten, also hier hinten auf der Rückseite, läuft das so eine Wabenstruktur runter. Da verdunstet es, dadurch entsteht Verdunstungskühlung und die wird dann hier vorne sehr angenehm rausgepustet. Man kann es natürlich auch als Ventilator benutzen, aber ich meine gerade bei diesen Temperaturen. Die Luft, die da vorne rauskommt, ist nämlich drei bis fünf Grad kühler als die Umgebungsluft. Das ist der Effekt, den wir hier bekommen. Fühlt sich gut an, Diana. Das ist super angenehm. Heute bei uns, das ist 31 Grad, also ich weiß nicht, wie müssen wir noch August überleben, aber für mich, das ist einfach ein Must-Have. Und ich liebe diesen, weil das passt immer für kleine Zimmer, ja, zum Beispiel, kleine Büro oder auch Kinderzimmer, das auch für Haustiere, weißt du, sie schwitzen auch. Das ist einfach genial mit diesem Preis, so starker Luftkühler, super. Ja, es ist wirklich unglaublich, was wir hier anbieten zum Sommersale-Preis. Juhu, und wir schauen jetzt einmal zu pearl.de. Dort sind wir bei 80 Euro und Sie sehen jetzt eingeblendet unseren TV-Sonderpreis für Sie. Der ist bei 56,99 Euro für unseren 2 in 1 Luftkühler und Luftbefeuchter. Und das ist doch das, was wir alle wollen. Wir wollen einen Luftkühler, der auf Lager lieferbar ist oder ab Lager lieferbar. Und das ist der auf jeden Fall. Und dann noch hier zu unserem Wahnsinns-TV-Sonderpreis, unser Sommersale für Sie. Und das ist super angenehm, herrlich. Ich danke dir. Den können Sie wirklich einfach überall hin mitnehmen. Der hat Oszillation und kühlt für Sie die Luft. Ist unglaublich, oder? Ja, herrlich. Da sehen wir es auch nochmal, auch wenn Sie im Homeoffice arbeiten. Das ist ja furchtbar. Ich habe selber sechs Jahre im Homeoffice gearbeitet. Im Sommer ist das kein Spaß. Da sitzt du einfach bei dir auf dem Schreibtisch, klebst mit deinen Armen am Schreibtisch fest und man fühlt sich einfach nicht wohl. Man hat keine Energie. Bedenkt nur, mir ist so heiß. Das ist eben das Tolle an so einem Verdunstungsluftkühler, der Ihnen die Linderung gibt. Und heute für 23 Euro weniger als auf pearl.de. Jawohl, unser TV-Sonderpreis hier bei 56,99 Euro. Ablager lieferbar. Und das ist das, was wir alle wollen. Und Sie schauen hier unseren Sommer-Sale und bekommen hier unseren Super-TV-Sonderpreis. Und das Gerät hat auf jeden Fall noch Rollen. Sie können es überall hin mitnehmen. Und das ist einfach super angenehm. Und das macht einfach wieder gute Laune. Man möchte alles wieder sehr, sehr gerne machen. Und ich sage Ihnen auch noch die Bestellnummer. Das ist die NX-3166 und die 569. Und weiter geht es mit einem weiteren Luftkühler, aber diesmal eine 3-in-1-Funktion. Ja, der hat dazu noch einen Luftbefeuchter drin. Oh ja. Das ist gerade, also wenn Sie ihn nicht als Kühler benutzen, zum Beispiel, es ist ja manchmal so ganz trockene Luft. Ja, stimmt. Bei mir fängt dann immer die Haut an zu schuppen, meine Nase wird zu, Augen tränen. Da hilft ein Luftbefeuchter. Er hat außerdem noch einen Ionisator drin. Und Ionisator ist so was, was ist ein Ionisator? Ein Ionisator reinigt die Luft. Er reinigt die Luft, er reichert sie an mit Anion. Dadurch werden eben Gerüche, Viren, Bakterien, alles gebunden. Jetzt gerade so, wenn es so heiß ist, da schwitzen wir alle, man riecht nicht so gut, die Luft ist zum Zerschneiden. Da ist so ein Ionisator natürlich fantastisch, weil der eben dazu noch die Luft reinigt und Gerüche wegnehmt. Denken Sie mal dran, Gerüche wegnehmen. Wenn es so heiß ist, ich bin dann sehr empfindlich auf Gerüche immer. Ja, das stimmt. Also wenn da jemand zu viel Kolon drauf hat oder so, aber natürlich auch beim Kochen in der Küche. Und auch den können Sie überall hin mitnehmen, der ist genauso leicht wie der andere. Kommt noch mit einer Fernbedienung und den kann ich sogar über WLAN steuern. Wow. Mit einer App, ganz, ganz einfach. Dann kann ich zum Beispiel, wenn ich weiß, wann ich nach Hause komme, sagen wir mal, ich komme fünf nach Hause, dann kann ich um halb fünf den schon mal anmachen. Dann wird da schon mal kühle Luft erzeugt in dem Zimmer, wo ich eben hingehe, in das ich eben gehe, um mich da wohlzufühlen. Wir wollen uns wohlfühlen. Wir lieben den Sommer. Es ist doch super mit dem schönen Wetter und allem. Aber wenn man da irgendwo sitzt, ist das so eine Sache. Den können Sie übrigens auch, alle unsere Luftkühler können Sie übrigens auch mit nach draußen nehmen. Wir haben gestern gesessen draußen und haben gegrillt. Oh, schön. Ja, schön, aber auch schön warm. Ja, das glaube ich. Aber den kann man ja, wie gesagt, einfach auch mit rausnehmen auf Ihre Terrasse, auf dem Balkon und dann haben Sie einfach diese schöne Erfrischung und es ist super angenehm. Angenehm, aber auch jetzt schauen wir einmal zu unseren Kollegen, ich danke dir, zu Pöll.de. Und dort sind wir bei 113 Euro und auch hier wieder unser TV-Sonderpreis für Sie bei 89,99 Euro. Und auch hier sparen Sie wieder ordentlich und das bieten wir Ihnen hier, weil Sie gerade den Sommer-Sale schauen und diese Preise sind doch der absolute Wahnsinn. Ja, du sparst hier auch wieder 23 Euro. Du sparst bei jedem unserer Luftkühler richtig viel Geld, 23 Euro, das ist mehr als ein Viertel, was wir hier sparen, bei diesem tollen Luftkühler, der eben dazu noch eine Fernbedienung hat mit App-Bedienbeis und auch wieder mobil ist. Überall kann man den einfach mitnehmen. Ja, und der ist auch ablagerlieferbar, das ist ja auch zurzeit ein großes Thema. Und ich sage Ihnen auch noch die Bestellnummer, das ist die NX1549 und die 569 hier für unseren 3 in 1 WLAN Luftkühler, Luftbefeuchter und Ionisator. Und das finde ich ja auch so schön, dass wenn man nach Hause kommt, einfach die Luft kalt ist, befeuchtet, aber halt auch gereinigt. Ja, unglaublich. Wir kommen zu unserem Top-Seller, das ist unser Action-Item hier, was wir diese Woche haben. Oh ja. Zum super Preis natürlich, Sie kennen das, wir sind im Sommer-Sale. Monika sagt Ihnen gleich, was Sie an dem sparen. Das ist wieder ein 4 in 1 Gerät, das hat einen Luftkühler, einen Ionisator, einen Luftbefeuchter. Und jetzt halte ich fest, es ist ein Heizlüfter noch. Wahnsinn. Du kannst im Winter, kannst du den als Heizlüfter einsetzen. Heizlüfter verkaufen sich im Moment unglaublich toll. Hier sehen wir ein Gerät, was beides kann. Damit frieren Sie nicht im Winter und im Sommer schwitzen Sie nicht. Das ist das Tolle an diesem Gerät, auch wieder als einfaches Modell. Das heißt, Sie brauchen wirklich nur ganz normales Leitungswasser reinzufüllen für die Kühlfunktion. Kühlt der Ihre Räume merklich ab. Das ist so eine angenehme Brise, die man hier so kriegt. Das Ganze natürlich auch wieder mit Fernbedienung. Und das ist so ein Gerät, das möchte man einfach nicht mehr missen, weil es das ganze Jahr über Ihr idealer Begleiter ist. Den können Sie ganz einfach mitnehmen, der wiegt nichts und dann überall, da wo es eben zu kalt oder zu heiß ist, den hier einsetzen. Das ist fantastisch, den Ionisator hat er auch noch drin. Ionisatoren alleine kosten normalerweise sehr viel Geld. Das schluckt halt Gerüche, Viren, Bakterien, alles in diesem tollen, tollen Gerät. Ja, das ist doch hier der Wahnsinn. Und Sie haben hier ein 4 in 1 Gerät und das zu diesem TV-Sonderpreis. Das ist unser Aktionspreis hier für Sie. Der liegt bei 99,50 Euro hier für unsere 4 in 1 Luftkühler, Befeuchter, Ionisator und sogar Heizgerät. Also ich würde sagen, Sie können den einfach das ganze Jahr stehen lassen, weil im Sommer müssen Sie dann nicht mehr schwitzen. Und im Winter und Herbst müssen Sie dann hiermit auch nicht mehr frieren. Wunderbar. Ja, den stellt man einfach genau dahin, wo man ist. Also wenn es einem zu heiß ist, macht man den Luftkühler an und wenn es einem zu kalt ist, macht man den Heizlüfter an. Und damit kann man, jetzt gehe ich mal auf die Winterfunktion ganz speziell, weil uns hat das selber überrascht, wie doll im Moment diese Heizunterstützer bei uns gefragt sind. Sie haben es vielleicht auch schon in Baumärkten und Elektronikfachmärkten gesehen. Da stehen die im Moment im Eingangsbereich und die Paletten sind fast leer, weil die eben auch so begehrt sind. Wir haben alles lieferbar und das hier eben noch zum super Preis. Das ist so mein Lieblingsgerät im Moment, weil das ist wirklich das Beste aus beiden Welten hier in einem Gerät vereint. So einen Luftkühler können Sie jederzeit auch gerne immer mit nach draußen nehmen. Wie gesagt, wir haben gestern gegrillt. Es war sehr, sehr heiß. Also ich habe eine kurze Hose und ein T-Shirt angehabt. Anders war das nicht auszuhalten. Und auch dann habe ich noch geschwitzt, weil es waren wieder mal 32 Grad in Bremen. Und das hört nicht auf. Das geht jetzt noch die ganzen Wochen so weiter. Den können Sie sich bestellen und haben innerhalb weniger Tagen bei Ihnen. Ja, und das ist jetzt einfach clever hier zuzugreifen, weil unsere 4 in 1 Kombination brauchen Sie natürlich nicht nur diesen Sommer, sondern auch für die weiteren Sommer, für die weiteren Jahre. Unser Kollegen Carsten, der hatte ja seinen schon acht Jahre. Also von daher, das ist auf jeden Fall eine gute Investition. Und wir schauen jetzt auch einmal zu poell.de. Und dort sehen Sie, wir sind bei 140 Euro. Also sparen Sie hier heute glatte 40 Euro. Und das ist doch echt mal ein Knaller. Also davon kann man doch Grillsteak holen oder Würstchen und dann einfach sich hier den Luftkühler mit rausstellen. Wahnsinn. Du hast auch schon gegrillt diesen Sommer. Ja, ich habe auch schon gegrillt. Aber es ist halt echt heiß. Ja, und gerade so, was weiß ich, wenn die Gruppe da irgendwo sitzt, für die man grillt, das mag ja noch gehen. Aber wenn du am Grill stehst, da kriegst du ja noch die ganze Hitze ab. Dafür ist so ein mobiler Luftkühler natürlich ideal. Das ist so die intelligente Alternative zur Klimaanlage, weil die halt auch noch sehr, sehr wenig Strom brauchen. Komme ich gleich noch drauf. Alle Luftkühler brauchen sehr wenig Strom. Und das ist jetzt mal ein echter Hingucker, ein echtes Lieblingsprodukt, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz leicht. Den nehme ich, glaube ich, einfach mal mit nach Hause. Das wird dein bester Freund und dein ewiger Begleiter im Sommer. Und das kann auch von Ihnen der beste Freund hier werden und bestimmt auch von Ihren Haustieren oder Ihren Kindern. Weil wir wollen ja alle einfach nicht schwitzen. Und wie gesagt, das ist super angenehm. Hier noch mit der Timer-Funktion und dieser Swing-Funktion. Bedeutet, Sie bekommen auch diese Kühlung nach links und rechts geschwenkt in Ihrem Raum, wenn Sie zum Beispiel auf dem Sofa sitzen oder auch im Büro, so wie die Sekretärin Diana hier. So kann man das doch schön aushalten. Ja, Diana ist im Homeoffice da und schreibt uns immer unsere Moderationskarten. Das wissen viele gar nicht, ne? Und dann ist hier eben, damit hier alles ordentlich und in Disziplin läuft, macht Diana das immer gerne für uns. Und wir bringen dann ab und zu mal ein Stück Kuchen mit für Sie. Unser toller Luftkühler und Heizer in einem Gerät hier. Ich sage Ihnen auch noch die Bestellnummer, das ist die NX-1405 und die 569 hier zu unserem Aktionspreis von 99,50 Euro. Ja, wir kommen zum nächsten. Der ist schon riesengroß hier. Groß ist natürlich auch mächtig. Das heißt, während Sie bei den anderen Luftkühlern relativ, sagen wir mal so 2, 3 Meter Abstand, die diese kühle Luft abkriegen, kann der hier schon ein bisschen weiter. Der kann schon mal 5, 6 Meter weitermachen. Sieht sehr, sehr spacig aus. Ich finde, das ist ein ganz gelungenes Design hier, dieser Luftkühler. Und auch der funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Sieht absolut super aus, finde ich. Und das ist jetzt ein Luftkühler, Luftbefeuchter und Ionisator wieder. Und jetzt komme ich mal zum Strom. Dieser Luftkühler, schauen Sie mal, dieser hier braucht 130 Watt. Das sind Cent-Beträge, die der in der Stunde kostet. Das ist wirklich, also auch nach aktuellen Strompreisen. Eine Klimaanlage braucht leicht, das Vielfache. Eine Klimaanlage braucht, also die, die wir hier haben, die braucht 2000 Watt. Das heißt, da liegen wir bei 70, 80, 90 Cent in der Stunde. Dieser hier ist im Cent-Bereich. Das ist wirklich nur ein Bruchteil davon, den dieser Luftkühler hier wieder braucht. Das ist es ja. Wenn man eine Klimaanlage hat, überlegt man sich das momentan dreimal, ob man die anschaltet. Und wir haben auch tatsächlich Zuschauerzuschriften von Leuten, die eine Klimaanlage haben, die das eben nicht anmachen. Und stattdessen lieber sich hier einen Luftkühler holen. Nochmal, das hier ist ein sehr großer Luftkühler, der eben auch Ihnen dann eben den ganzen Raum, sagen wir mal so 5, 6 Meter rein in den Raum, diese kühle Luft um die Nase bläst. Diese kühle Brise ist aber auch mobil wieder. Sie sehen, der hat Rollen, der wiegt auch nicht viel und den kann man dann überall hin mitnehmen. Sie kriegen natürlich auch eine Fernbedienung dazu. Der hat horizontale und vertikale Oszillationen. Das heißt, er bläst die Luft nach rechts, links und nach oben und unten. Damit haben wir natürlich nochmal einen größeren Bereich abgedeckt. Ich finde den richtig, richtig klasse, wenn man mal so richtig den ganzen Raum, sagen wir mal, so ein bisschen runterkühlen will. Da hast du vollkommen recht. Die Power hat auf jeden Fall das Gerät und das sieht auch noch verdammt gut aus, wie ich finde, mit dem Schwarz und dem Weißen. Da kann man auf jeden Fall das auch mal im Wohnzimmer oder im Essbereich stehen lassen. Richtiger Hingucker. Und wir gucken jetzt auch einmal zu pearl.de. Dort sind wir bei 241 Euro. Und Sie sehen jetzt auch wieder hier unseren TV-Sonderpreis für Sie. Der ist hier bei 184,99 Euro. Und der Ganze kommt dann auch noch versandkostenfrei zu Ihnen und ist ab Lager lieferbar. Und ich sage Ihnen auch gerne noch die Bestellnummer. Das ist die ZX 70,54 und die 569. 55 Euro sparen Sie hier bei dem. Weil Sie jetzt Sommer-Sale gucken und der Preis gilt für die nächsten zwei Stunden. Da sollte man wirklich zugreifen, weil das ist ein super Preis, den Sie hier bekommen. Es kommt auch noch versandkostenfrei zu Ihnen. Sie müssen nicht in den Laden gehen und sich mit 100 anderen Leuten um das, was da überhaupt noch steht, prügeln. Du kriegst ja kaum noch Ventilatoren im Moment. Das ist richtig, alles ausverkauft. Alles ausverkauft. Du brauchst also dich mit niemandem da, um die Geräte zu prügeln. Du kriegst ihn nach Hause geliefert, vor die Haustür. So ein Luxus. So ein Luxus. Unser nächstes Modell ist ein Modell, das ist etwas ganz Besonderes. Das hat nämlich ein Pelletier-Element. Pelletier-Element ist die neue Liga der Kältetechnik, sagt man. Da wird das Wasser, ich hatte Ihnen das erklärt, das wird hier hinten hochgepumpt, läuft dann hier an dieser Wand runter. Aber bevor es da runterläuft, wird es hier oben nochmal vorgekühlt. Das heißt, mit den anderen Luftkühlern kriegen Sie drei bis fünf Grad. Hier bekommen Sie bis zu acht Grad Celsius Temperaturunterschied. Das ist schon mal sehr, sehr stark. Er ist außerdem super schick. Schauen Sie mal, wenn ich den anderen aufmache. Wow, richtig schön. Das sieht toll aus, ne? Überhaupt das ganze Design, wie so ein Monolith, ne? Das stimmt. Und wie gesagt, das Einzige, was Sie brauchen, ist Leitungswasser. Der braucht kaum Strom. Und jetzt kommt hier vorne die kühle Luft raus. Schau mal, wenn ich diese Zaubertaste hier drücke, was dann noch passiert, dann kriegen wir diese Oszillation. Ach herrlich. Blenden gehen hoch und runter und blasen die Luft dann also nochmal ganz fantastisch in alle Richtungen. So, wir haben den im Sommer-Sale zu einem Preis, der schier unglaublich ist. Das liegt daran, dass das hier eben wirklich, wirklich Ihre Gelegenheit ist, jetzt mal richtig, richtig viel Geld zu sparen bei diesem Verdunstungsluftkühler. Ja, auf jeden Fall. Sie sparen hier ordentlich, weil Sie gerade den Sommer-Sale schauen bei Pearl TV. Und unser TV-Sonderpreis ist hier bei 179,99 Euro für Sie. Also auch unser Verdunstungsluftkühler mit Peltier Element kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Und das, wie gesagt, zu diesem wahnsinnig guten Preis. Sie müssen nicht in den Baumarkt, Sie müssen sich nicht um die letzten Luftkühler streiten, nein. Sie rufen einfach hier an und bestellen sich den ganz bequem nach Hause und können dann schon in wenigen Tagen bei sich zu Hause genau das verspüren, was wir hier gerade schön verspüren. Diese angenehme Frische. Und das wollen wir doch alle haben. Ja, gerade mit der Fernbedienung finde ich das so praktisch, dass du da eben, was weiß ich, du setzt dich aufs Sofa und drückst an und dann geht er einfach an. Ja, Wahnsinn. Bequemer geht es wirklich. Wenn ich dann auf dem Sofa sitze, dann will ich nicht nochmal aufstehen. Ach, jetzt habe ich vergessen, den Luftkühler anzumachen. Das stimmt. Man klebt ja da förmlich fest, ne? Da hast du recht. Ich sage Ihnen jetzt auch noch die Bestellnummer hier für unseren Verdunstungsluftkühler. Das ist die NX 1539 und die 569. Und hier sichern Sie sich eben den TV-Sonderpreis von 179,99 Euro. Und diese Pelletier-Technik ist auf jeden Fall was ganz Feines, weil es einfach noch ein bisschen runtergekühlt wird. 35 Euro sparen Sie im Sommer-Sale hier. 35 Euro, das ist viel Geld. Sie bekommen den Versandkosten frei nach Hause geliefert. Jetzt haben wir noch eine ganz große Überraschung. Den haben wir nämlich noch als Versandrückläufer, wo Sie nochmal 50 Euro mehr sparen. Also insgesamt 85 Euro im Vergleich. Das ist fast die Hälfte. Ja, das stimmt. Ein bisschen weniger als die Hälfte, was Sie jetzt sparen. Versandrückläufer, ich weiß nicht warum Leute den zurückschicken. Interessiert uns auch nicht. Vielleicht hat der eine morgens einen bestellt, der andere abends. Und dann waren plötzlich zwei da und man dachte, ach Gott, schicken wir den einen wieder zurück. Die meisten kommen original verpackt zurück. Wir haben übrigens Versandrückläufer hier weniger als im einstelligen Prozentbereich. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Da haben wir jetzt mal ein Kontingent zusammen, was wir Ihnen anbieten wollen. Das ist natürlich Ihre Gelegenheit, hier zuzuschlagen, weil den kann man nicht nachbestellen. Alle anderen kann man nachbestellen, aber Versandrückläufer kann man natürlich nicht nachbestellen. Und das ist jetzt Ihre Chance hier zum Preis eines guten Ventilators, nicht nur einen Ventilator zu bekommen, sondern einen Luftkühler mit Pelletier-Element. Ja, und Sie sparen nochmal hier zusätzlich 50 Euro. Und wir schauen jetzt auch einmal zu Pöll.de. Dort sind wir bei 215 und das ist hier der Neupreis bei Pöll.de. Und Sie sehen jetzt bei uns eingeblendet unseren TV-Sonderpreis für Sie bei 129,99 Euro. Also hier sparen Sie ja auch wieder ordentlich. Deshalb greifen Sie jetzt zum Hörer und bestellen hier unseren Verdunstungsluftkühler mit Pelletier-Element mit der RER 1539,9 und der 569 und haben dann Ihre angenehme Frische bei sich zu Hause. Also 85 Euro runter, nochmal 85. Das ist viel Geld. Und dafür können Sie hier einen Verdunstungsluftkühler mit Pelletier-Element mit all diesen Komfortfunktionen, also Timer hat er auch noch. Das heißt, ich kann mich abends, wenn ich ins Bett gehe, kann ich sagen, Mensch, lauf nochmal für ein, zwei Stunden, bis ich eingeschlafen bin und dann machst du ihn aus. Nachts ist ja auch so eine Sache. Kein Mensch kann schlafen, wenn es so heiß ist. Tolles Angebot, was wir Ihnen hier machen mit diesem Verdunstungsluftkühler mit Pelletier-Element. Oh ja. Weiter geht es mit einem Richtig-Schicken. Ja, ich finde, die Farbe ist ja absolut meine Lieblingsfarbe, die passt zu meiner Einrichtung. Also das ist mein Favorite. Das findest nicht nur du, das finden auch viele, viele Kunden. Das ist unser Bestseller dieses Jahr, war letztes Jahr unser Bestseller. Wir hatten letztes Jahr wirklich keinen dollen Sommer, aber der war ausverkauft hier. Das ist unser, wieder ein Verdunstungsluftkühler mit Pelletier-Element und der sieht halt mal ganz anders aus hier, durch dieses Anthrazit. Super elegant hier, auch an der Seite so dieses Geriffelte. Richtig schick. Und dann hier hinten, das kennen Sie schon, haben wir den Wassertank, wo ganz normales Leitungswasser reinkommt nochmal. Das läuft dann von hier oben hier durch, wird aber vorher im Pelletier-Element gekühlt. Hier können Sie auch nochmal die Filter und alles richtig sauber machen, also kinderleicht zu bedienen, auch mit Fernbedienung. Und jetzt, wenn ich den anmache, sehen Sie, dass diese Blende hier runterfährt. Wow. Der hat eine Temperaturanzeige hier oben auch noch drauf. Und was steht da drauf? 30 Grad. 30 Grad. Angenehme Arbeitstilveratur. Ich finde, wir drehen den gleich einmal zu uns um. Ich drehe schon immer jeden, den wir durch haben. Ich versuche hier immer in unsere Richtung zu drehen, weil es so, es ist halt sehr warm hier im Studio. Und bei Ihnen zu Hause ist es mit Sicherheit auch warm. Dieser hier ist ein unglaublich toller Luftkühler, der eben auch wieder alle Funktionen hat. Wir haben einen Ionisator drin, das Pelletier-Element. Und die Oszillation, aber da brauche ich Ihnen nicht viel zu erzählen. Es geht darum, dass Sie sich wohlfühlen in dieser Hitze. Und das wollen wir alle. Mein Gott, wenn man jetzt im Moment zu Hause ist, oder wie jetzt im Studio, man will doch nur noch ins Freibad, oder? Ja, da hast du vollkommen recht. Aber das geht eben nicht immer, weil manchmal muss man seinen Verpflichtungen hinterherkommen. Und dann haben Sie hiermit einfach die Lösung und die bequeme Lösung, sich den jetzt auch einfach nach Hause zu bestellen. Weil er ist nämlich auch lieferbar und vorrätig. Und das hier zu unserem wahnsinnig guten TV-Sonderpreis hierfür sieht. Der liegt hier bei 229,99 Euro. Der kommt dann sogar versandkostenfrei zu Ihnen. Also besser geht es doch auf gar keinen Fall. Schau mal, wie der Dianas Haare noch weht von hier aus. Ja, auf jeden Fall richtig viel Power. Der reicht für 5, 6, 7 Meter, würde ich mal sagen. Unglaublich. Und das heute eben zum Summer Sale Preis. Oh ja. Und wir schauen jetzt einmal zu Pearl.de. Dort sind wir bei 320 Euro. Und Sie sehen auch hier wieder unseren TV-Sonderpreis für Sie. 229,99 Euro. Also auch hier sparen Sie wieder ordentlich. Und ich nenne Ihnen noch einmal die Bestellnummer. Das ist die ZX-70-02 und die 569. Wie für unser schickes Modell mit dem Schwarz-Grau. Also mein Favorit. Irre, ne? Ja. Ich mache mal zu. Dann sehen Sie auch, wie die Blende wieder hochfährt. 90 Euro weniger. Oh, eine Tankfüllung. Juhu. Eine Tankfüllung. Da freut man sich doch. Vor allem ja, hat man gesagt, zwei Tankfüllungen. Ja. Das sind halt die Energiepreise. Aber das macht diese Verdunstungsluftkühler so schlau und clever, weil die halt kaum Strom brauchen. Sie liegen alle, egal welchen Sie nehmen, im Cent-Bereich pro Stunde. Das hier ist unser größter und leistungsstärkster Luftkühler, den wir haben. Ich mache ihn mal an. Und dann sehen Sie auch hier fährt diese Blende wieder runter. Sieht so edel aus, weil das auch einfach vor dem Staub und allem schützt. Das ist herrlich. Das sieht, du hast es richtig gesagt, das sieht absolut edel aus. Elegant, ne? Weil es halt auch nicht so klappt runter, sondern so elegant langsam runterfährt. Ja, das Sale-Logo kriegen Sie übrigens nicht mit nach Hause. Das nehmen wir hier. Nur für uns, für den Sommer-Sale. Das ist unser größter und leistungsstärkster Luftkühler. Das heißt, der bläst richtig weit die Luft. Hat auch natürlich wieder Pelletier-Element drin und den Ionisator. Wenn du den einmal füllst, das ist vielleicht auch noch eine interessante Sache, dann laufen die stundenlang. Der hier hat einen 10-Liter-Tank und der braucht 1300 Milliliter pro Stunde. Das heißt, acht, neun Stunden. Das heißt, den ganzen Tag läuft der mit einer Füllung. Und wenn er dann gefüllt ist, dann füllen Sie einfach wieder ein ganz normales Leitungswasser nach. Und wir schauen jetzt auch einmal hier zu Pell.de. Dort sind wir bei 322 Euro. Und Sie sehen auch wieder hier unseren TV-Sonderpreis für Sie bei 239,99 Euro. Und auch hier sparen Sie wieder ordentlich. Und der kommt wieder versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Über 80 Euro runter. Nochmal. Wir haben einen richtigen Sommer-Sale. Und die sind alle verfügbar. Das ist unser größter, leistungsstärkster Luftkühler. Mit Fernbedienung natürlich. Allen Komfort, den man sich wünschen kann. Man kann ihn mit nach draußen nehmen. Klimaanlagen können Sie nicht mit nach draußen nehmen. Der hat ein Pelletier-Element. Der kühlt um 8 Grad runter. Bis zu 8 Grad zur Raumtemperatur. Und das ist echte Erleichterung. Guck mal hier. Wir haben schon jetzt die Temperatur 2 Grad runtergekriegt. Hier haben wir auch noch so eine Temperaturanzeige dran. Er hat eine Windeinstellung. Das ist so ein bisschen natürlicheres Windverhalten. Ein wirklich tolles, tolles Gerät. Sie können das jahrelang benutzen. Es ist keine Anschaffung für dieses Jahr. Es ist eine für dieses, für nächstes, für übernächstes und so weiter. Du hast gesagt, Carsten hat seinen 8 Jahre schon. Und er sagt immer, der schnurrt wie am ersten Tag. Ja, so ist das auf jeden Fall. Und das können Sie sich auch nach Hause bestellen. Hier die Erfrischung, die angenehme Kühle. Weil dann geht auch einfach alles besser. Und man ist nicht so träge und müde, weil einem einfach zu warm ist. Sondern man macht wieder alles super gerne. Und auch hier unser TV-Sonderpreis bei 239,99 Euro für Sie. Und ich sage Ihnen auch einmal die Bestellnummer. Das ist die NX1534 und die 569 hier für unseren richtig schicken Verdunstungsluftkühler mit Peltier-Element. Ja, vor allem super, super stark hier. Ich habe hier wieder drei Geschwindigkeiten. Und ich habe noch eine super Taste. Das ist das Tolle hier. Dann bläst er richtig weit. Schauen Sie mal die Blumen hier. Die Pflanzen hier bei uns, die hier vor dem Luftkühler stehen. Auch den haben wir, Ihre Gelegenheit, nochmal 50 Euro runtergesetzt als ein Versandrückläufer. Wir haben ganz wenig Versandrückläufer. Jetzt haben wir hier einen für Sie. Und das ist unser Spitzengerät. Und da sparen Sie nochmal 50 Euro zum Katalogpreis. Es ist der absolute Wahnsinn, der Preis, den wir hier Ihnen geben können. Die gehen sehr schnell zur Neige. Wir haben die angefangen letzte Woche als Versandrückläufer Ihnen anzubieten. Der sind wir jetzt so langsam auf den letzten Stückzahlen. Weil natürlich, es ist heiß. Die Leute wollen das. Es gibt keine Ventilatoren mehr zu kaufen. Es gibt keine Luftkühler mehr zu kaufen. Wenn, muss man irgendwo hinfahren. Seien Sie schlau. Bestellen Sie den hier einfach nach Hause. Kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Und Sie sparen richtig viel Geld. Ja, unser TV-Sonderpreis hier für Sie bei 189,99 Euro. Auch hier wieder versandkostenfrei zu Ihnen. Sie müssen in keinen Baumarkt gehen und da irgendwie noch schauen, dass Sie ein letztes Produkt bekommen, was wahrscheinlich noch das Ausstellungsstück ist und einfach dann nicht so gut. Sondern hier bekommen Sie Ihren Verdunstungsluftkühler nach Hause. Und können dann auch schon in ein paar Tagen das einfach genießen bei sich zu Hause. Auch hier wieder, der hat Rollen dran. Sie können ihn von Raum zu Raum bewegen und das wollen wir doch. Beim Arbeiten einfach auch nicht schwitzen und auch beim Schlafen gehen. Das Einschlafen ist ja auch bei dem Wetter echt eine Qual. Auch hier möchte man es ja angenehm haben. Du willst es einfach angenehm haben. Und das ist so angenehm, hier davor zu stehen. Wir haben hier einen leichten Schweißfilm auf den Armen. Aber wenn die Luft dagegen bläst, dann wird es kalt. Und das ist der gleiche Effekt, womit unsere Verdunstungsluftkühler arbeiten. Vielleicht haben Sie irgendwo einen Balkon. Du hast auch so einen Balkon, der eingemauert ist von allen Seiten. Ja, und Südseite. Und Südseite. Also volle Karno-Sonne. Ja, dann braucht man sowas einfach. Da hast du recht, ja. Und das ist ein super Preis hier mit unseren Versandrückläufern. Ja, und ich sage Ihnen auch noch die Bestellnummer. Das ist die RER 15 34 9 und die 56 9. Und mit der 56 9 sichern Sie sich hier unseren TV-Sonderpreis für Sie. Und Sie haben gerade unseren Sommer-Sail geschaut hier bei Pöll TV. Und Sie können sich jetzt aussuchen, welche Luftkühler Sie denn gerne haben wollen. Ich finde Sie alle super schick. Sie haben alle super viel Kraft. Und wie gesagt, die Preise sind einfach der Wahnsinn. Ja, die Preise sind der Wahnsinn. Alle sind verfügbar. Alle zum Sommer-Sail-Preis für Sie jetzt zu bestellen. Genau. Und dann müssen Sie auch nicht mehr schwitzen. Deshalb ganz viel Spaß hier mit unseren Luftkühlern. Aufkühlern.